Hallo und herzlich willkommen zu unserer Einführung in die DocBox Dokumentenmanagement-Software. Mein Name ist Deborah Fehr und in dieser Videoreihe erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Funktionen von der DocBox, damit Sie schnell und einfach mit der DocBox durchstarten können. Die weiteren Videos aus unserer Reihe Erste Schritte mit der DocBox finden Sie auf unserem YouTube-Kanal unter dem Punkt Playlists. Im heutigen Video erkläre ich Ihnen die Anmeldung auf Ihrem DocBox-System und zeige Ihnen die Benutzeroberfläche. Um sich an die DocBox anzumelden, brauchen Sie die Webadresse, die Ihnen Ihr Administrator mitgeteilt hat. In meinem Fall finde ich diese unter mein Lesezeichen gespeichert. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die Adresse ein oder klicken Sie direkt auf den Link. Sie gelangen auf die Login-Seite der DocBox. Hier müssen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Wenn Sie sich das erste Mal an die DocBox anmelden, sollten Sie Ihr Passwort ändern. Klicken Sie hierfür auf Ihren Benutzernamen und anschließend auf Benutzereinstellungen. Geben Sie im Feld Passwort ein neues, sicheres Passwort ein. Bestätigen Sie Ihr Passwort anschließend im Feld Wiederholung und drücken Sie auf Speichern. Sie gelangen zurück zur Startseite, indem Sie auf das DocBox-Logo links oben klicken. Wir befinden uns nun auf der Startseite, dem sogenannten Dashboard. In der Mitte des Bildschirms sehen Sie mehrere Kacheln. Über diese haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Bereiche der DocBox. Sie sehen hier nur die Module, die Sie lizenziert haben. Bei Fragen zu einzelnen Modulen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandelspartner Fido. Oben über die Menüleiste können Sie jederzeit auf alle Bereiche der DocBox zugreifen. Um sich abzumelden oder auf die Hilfe zuzugreifen, klicken Sie rechts auf Ihren Benutzernamen. Hier erhalten Sie zudem Neuigkeiten zur DocBox, wie beispielsweise Ankündigungen für neue Versionen. Das revisionssichere Archiv ist das Herzstück der DocBox. Um in das Dokumentenarchiv zu gelangen, klicken Sie auf die Kachelarchiv. Hier können Sie Ihre archivierten Dokumente einsehen, Bearbeitungen durchführen und die Dateien auf Ihren Rechner kopieren. Im Eingangsfach können Sie die neu eingegangenen Dokumente einsehen. Die DocBox verfügt über die Möglichkeit, die Dokumente vom Scanner direkt ins Eingangsfach zu schicken. Hier können Sie zudem das Dokument mit Anmerkungen und Stempeln versehen oder von hier das Dokument durch einen Workflow führen. Direkt unter der Kachelarchiv haben Sie die Möglichkeit, Dateien hochzuladen. Laden Sie ganz bequem per Drag & Drop bis zu 10 Dateien gleichzeitig in die DocBox hoch. Sie können auch über automatisch überwachte Scan-In-Ordner, eine E-Mail-Erweiterung und Direktdrucker-Dateien hochladen. Eine genauere Erklärung hierzu finden Sie in einem unserer anderen Videos. Über die Startseite haben Sie auch Zugriff auf die Wiedervorlagen, die Ihnen zugewiesen wurden, sowie auf Dateien, die sich gerade im Workflow befinden und von Ihnen bearbeitet werden müssen. Zudem sehen Sie hier Ihren Fachhändler Fido. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Archivstruktur aufbauen. Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Video! Untertitelung des ZDF, 2020